ein unofficial PETA-Paradise Pokémon Red, White and Blue Ja, willkommen zu meiner ersten PETA-Parodie Ich glaub, da kommt noch ein paar mehr Spiel Ihr wisst ja, wir kennen wahrscheinlich die PETA Das ist so ne Tier-Gegen-Tier-Versuche-Organisation Die ein paar geiler Parodien erstellt hat auch zu Pokémon Und hier wir spielen zuerst den zweiten Teil Nämlich Pokémon Red, White and Blue Ich kenne dieses Spiel noch nicht Das ist ein zu wenige Spieler von PETA Ich nur nicht kenne Wir werden zusammen das jetzt gleich spielen Und wir sagen, play So, go, live is what generations humans have claimed to love Pokémon But a Pokémon came to our world in real life And saw how we sweat animals Would they laugh us back? Hmm, would they feel the Pokémon game have a part in realising or empathy for any ways? Ok, would they feel like it's completely realiscious that Nintendo released two visions of And that was humans to Pokémon if they don't have a part in real life Ok, schnell übersetzt kurz ein Die Menschen lieben Pokémon, aber würden die Pokémon in unsere Welt kommen und sehen, was wir mit denen und hier machen würden, würden sie uns auch lieben? Das ist die Frage und Ja, dann spielen wir mal Wir haben ja ein schönes Milchank Und spielen gegen Mysterious Stranger Also mysteriöser Fremder The Battle is a Proverse I am too late to help Nein! Wir haben noch helfen so HP Mr. Stranger I've told you 4 times already You own code We own you So gut, die wollten uns töten scheiße Nein! Töten Sie nicht! Nur 3! Nein! Ok, das ist das In-do it, Mil-Tank Why would you do it to me? Didn't your mother teach you about kiddies? My mother filthy Pokémon are mine to use in any way I want And why now I want to serve me Das ist egal Nein! Töte das nicht! Ok Pikachu end of the battle Ok, sie haben mich nicht getwittert Pikachu Du siehst sehr gut aus den Rings I can't believe Do you think Ist das einfach nur zufrieden? Oder kann ich auch spielen? Do you think it's okay to feel melting to people? Repair your terrible Ok, jetzt geht's endlich los Ja, das Fight System Das ist geil Ok Fight! Slam Also Slam Huge Poker Dann muss ich sagen Hauen wir dem ein Charge Beam raus Ja Ja Ah, das ist nicht so effektiv Boah, mit der Grundschön Kirchstermusik So, warte jetzt Stranger Use Cards lasso Nein Ok Ok Oh, das war ganz wert Sehr schön Oh, Slam Okay, Fight Hauen wir den Slam raus Vielleicht ist es sehr mehr Slam Und Uh, das ist schon ein bisschen effektiver, glaube ich Ok Ok Ah, Mist Ok, das ist auch nicht besonders effektiv It's not very effective So, Fight Ok Ok So, protest moment sich Komm mal ein guter Ja, es ist ja paralysiert wahrscheinlich Würde ich jetzt mal denken Bei deiner Gruppenumarmung ist ja natürlich auch sehr Ah, Sir Batscher Ah, Sir Batscher Ah, das ist nicht so gut Ok Halt Wehm am Protest Das ist Ja, nein, nein, nein Gegen die Versuche Gegen die Versuche Gegen die Versuche Nicht sogar Charles Schlosshof Ok Es geht nicht so viel ab Jetzt haben wir noch mal ein Schauspiel Ich glaube, das wäre nicht so effektiv, oder? Und danach haben wir noch einen Slam raus, wir gucken mal, dann müsste der tot sein Oh Boah Ok, äh Falscher Trap, egal Huch Ok Oh The people Of Unova eat Pokemon Do they not? Ah, also ich jetzt keine Pokemon Ah Und wenn ich jetzt schon gesagt, dass alle wissen, dass es gross Woher kam from, we eat another because of them Ja, klar Schöne Werbung Gergut Und das ist ja Entschuldigung, wir waren der Master Die Poskaboxkanzlerin Wir sind dabei, entertainment, or clothes, or everything, or food The Pokemon-Universe went for us This message by teaching, we use the Pokemon that he went for us Is used in another Eropox-Voltslesen, wie gesagt And you, Pikachu, play a bigger world in this Then, you understand They are not what Pokemon are about We exist For you For our own Purpose So just Go back to wherever you came from And leave us alone Bestest game Ever Meltank join the party Sehr schön Das nennen wir Wie nennen wir das? Meltank Fette Robbe Oh, das ist jetzt der Insider Oh, Leute, das ist jetzt der Insider Fette Robbe Submite Okay Fette Robbe Okay Alter, geil, kann man da zu rumrennen? Oh, guckt euch mal die netten Bärenfallen an Alter, ich weiß gar nicht Vielleicht muss doch mehr zu werden Point in chest Open it Oh, was ist da drin? View Oh, ja, eine Anlageborenesvideo Okay, gucken wir uns das mal zusammen an, Leute Okay Ich glaube, dass wir jetzt hier mehrere Parts schneiden müssen Ich weiß nicht Your Anlage, er brunseln hier Mal, ist es, wir uns wieder sehen Okay, to reach Oh, is it closed? Okay, ein einmütiges Video, oder? Gucken wir uns das mal an Keine Ahnung, warum? Wir gucken uns das mal an So Okay, schau, was ist denn? Okay Okay Backeln Backeln Äh Äh Äh, okay Danke, Peter, für diese netten Unterstützung Ich hab' ich direkt Bock auf Fleisch Was ist alles für Gräuisch? Was ist das für Gräuisch? Was ist das für Gräuisch? Äh, okay Ja, lecker, war das gerade Mh, nicht zu schwache Märchen, wie übrigens Was ist das für Gräuisch? Haha Okay Lecker Äh, ja Mh, okay Okay, interessantes Video, continue Fett rüber Oh, mein Gott So, dieses McDonald's Comparation Killing Pokémon To kill them in humans McDonald's Was ist das für McDonald's? Was ist das für McDonald's? Do whatever you want Do whatever you want Do whatever you want But just became they all the differences from us We don't mean we should ignore it Exactly We have to stop people from eating in other feelings We only stop this McDonald's Comparation Let's roll out Okay Okay, weiter geht's Go fette Robbe hier Pikachu Oh, wenn wir nicht selbst steuern Fette Robbe Wow, where are we? This is where the mystery stranger was from Oh, I see a giant yellow M up Ahit Oh, ein großes M Was bedeutet das? Oh, ich bin für uns im Bekir Man There must be McDonald's Where they turn leaving Feeling begins into food Use unkid humans Und wo ist es? Die Fette Robbe will es nach Geil What? What? We open the window Free Pokemon toy With every happy meal Hmm The Pikachu team's Nye Or Osho What? Toys Yeah, I should say Gute name Deutsche name They do this Deutsche name They're using me Because I'm so cute So To sell their Darts You What? I don't know 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 Peta Robbe There's someone Excuse me sir Can you help us? McDonald's Customizer Wow, we love Pokemon I love you guys Love your game so much McDonald's Customizer You could just let a Pikachu face On a pine Pinball game And they buy it Oh wait, they already did it And they Tossed two and killed two I don't know Don't tell them Bacon I love me Chicken nuggets Is like my favorite Is like my favorite You eat animals Customizer Man, I love me Hey, you actually Look Can I taste so Hey, man, ich mag auch McDonald's I can't sure Whatever Man Guck mal, ob ich danach noch irgendwas noch McDonald's essen kann Ich hab jetzt wieder gedritten Das kann man Ja, kann man zu essen Battle Oh, Alter Genau so sehe ich auch aus Nachdem ich bei McDonald's war Oh, hallo Irgendwenn wir mal ein bisschen heilen sollen Egal Versuchen wir uns mal an, in Charge Bim, ja Charge Bim, ja Piu Oh, hast du nicht so effektiv, okay Oh, du feiße Die scheiße effektiv hat das denn, alter Was? Was? Dostatec? Okay Pick up to slam Feiße, der Typ ist echt hart Der Typ ist echt hart, Leute Der Typ ist echt verdammt hart Nein, ich glaube jetzt ist der Pikachu tot höher als es ist Nein Fette Robbe Send in Go, fette Robbe Das ist sogar weiblich Äh, ich hätte fette Robbe Egal Wallout Was? DDOS Attack? Was? Wallout Bam Uh, das war sehr effektiv Sehr gut Was hat er noch mal an der Attecke? Zell Zehn Headbutt Die Attecke gibt's im Deutsch auch, wie hast du jetzt Zehn Kopfstoße oder so Nein, ist ja auf Deutsch irgendwo benutzt Okay, fette Robbe Hits first It's super effektiv Nein, bei Nein, 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 nein Zwölf Buch zieht das ab Oh, fette Robbe Alle, die gibt's mit Zehn Kopfnuss Und Zehn Headbutt wie sehr ist Oh, und der ist tot Sehr schön Ihr, ihr neint, mein Schittert Sob Ich muss da entsprechen, der Elfen in That's a bit dramatic Don't you think? Pokemon games are supporting to be just for fun They do your incest On making everything serious In a world where animals are killed Just to save a taste party Oh man, ich hab' kein Worten vorzulesen Et September Wittes Ja, hm Wer, irgendwie, dass für unsere Party01 Oh! Kein Knudeluow Wie nennen wir das Knudeluow? Das hat kein Ohr Wie nennen wir es? Kein Ohrhasen Kein Ohr-Pudel Das ist unser Kein Ohr pudel Kein Ohr pudel Kein Ohr Pane months L겠 Pfui Kein Obhudel join the team! I'm sorry, my owner has feed me in a week, okay? Okay, Fette Robbe and Kein Obhudel are the best Pokemons! Okay, maybe later. So! Ja! Free for all! Sehr schön, paar Demonstranten. Their purchase outside of McDonalds. Team Plasma! Hä, die sind doch gut jetzt hier, oder was? And with the Pokemon. I... Now, I'm with Peter! Boah, die sind von Peter! Cool! Ich hoffe, Peter spürt das Video, den fährt nicht so scheiße über Peter reden. Ah, Peter ist ja eine gute Sache heute! Pokemon 2! Pokemon 2! Fette Robbe! Wow, you guys! Sounds great! Ja, ein Spiel von Peter, an dem sie sagen, dass Peter toll ist! Äh... Man! Verklickt mich immer, okay? Kein Obhudel! You also Adjective! I don't get out of my house! Jajaja, im Ketch, jaaajajaja, wir wissen langsam dass McDonalds' animation tutet. Open! View! Oh, a nice video, nice! You unlock... You've unlocked a Pokemon, if you're playing a Pokemon, what to... Geil, alter! Thank you, lost the screen. Red screen. Bis zum nächsten Mal.